Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche Zockkanal 2 von Folge NBA 2K22 Und ja Leute, wir stehen hier momentan bei einem 2-1 gegen die Denver Nuggets, wo man echt sagen muss Eigentlich sind sie der Favorit, ne? Eigentlich sind sie der Favorit Aber, und das muss man eben auch sagen Bei den Denver Nuggets fällt der ein oder andere aus, beziehungsweise der wichtigste Mann neben zwei anderen Wollen wir die Nuggets denn hier? Lamello Ball fällt nämlich aus, das haben wir ja dann hier irgendwann bemerkt gegen Ende der letzten Folge Lamello Ball fällt, was ist denn mit mir? Sorry Leute, Lamello Ball fällt auf jeden Fall aufs Er ist auf jeden Fall raus aus der Serie und dementsprechend haben sie nur noch zwei Superstars Und dementsprechend ist unsere Chance natürlich des Weiterkommens nochmal ein ganzes Stück größer Wir werden auf jeden Fall dran arbeiten, um das zu packen Wir gucken mal, was so geht hier in der 175. Folge, ne? Das ist auch verrückt Mit 175 Folgen, Leute Auf jeden Fall hier die Studying Fives mit Dante Dunleavy, Hoey, Shelton, Sadiq Bae, Louis Elliott und Daryl Lagarde Gegen Dugonic, Bianco, Lagarde, Malmanis und Humphreys Wenn man ehrlich ist, jetzt wo Lamello Ball weg ist, klar, Shelton und Lagarde sind Superstars Und wir haben nicht annähernd so einen Superstar bei uns Aber wir sind in der Breite auf jeder Position dadurch doch besser Also wenn man insgesamt guckt, klar, auf der Center Position haben sie den besseren Als auch auf der Shooting Guard Position Wobei Bianco gerade offensiv nicht so viel schlechter ist als Shelton Aber auf den anderen drei Positionen haben wir Vorteile und damit insgesamt Und würde ich sagen, hat sich die Favoritenrolle mit der Verletzung von Lamello Ball schon verschoben Und jetzt stelle man sich vor, wir hätten sogar noch Fulat Der in den Finals zurückkommen könnte Wir gehen natürlich rein hier ins Duell Könnten, wenn denn, das umswitcht genau Wir könnten heute schon auf 3-1 gehen, wir spielen jetzt ja noch daheim Wir könnten hier auf ein 3-1 gehen und damit riesen, riesen Schritte Richtung NBA Finals machen Das wäre schon überraschend Und gegen ganz fitte Denver Nuggets, muss man ganz ehrlich sein, wäre das schon noch schwieriger geworden Ah, Lagarde macht den, der Lagarde Ah, sie juckt mal wieder, ihr wisst, Pollenallergie ist immer mit am Start Begleitet mich jeden Sommer Jetzt hier Chavon Lagarde Ah nee, hätte ich selber abschließen müssen eigentlich, ne? Dann halt so Dann halt so, ne? Ohne Gnade Es gab ja Schon in der letzten Folge das Brüder-Duell Ist schon immer interessant, wenn auch wir Brüder gegeneinander Antreten, ne? War schön Chris Lagarde gibt es hier auch noch Bei den Clippers Ah, Lagarde Ah, den macht er nicht rein Bianco, schade Trotzdem gut angespielt gehabt von Lagarde Salik Bey jetzt hier Lagarde Gegen Bianco natürlich mega mismatcht Kannst du nichts machen, ne? Gegen den Daryl Lagarde kannst du da nicht viel machen Dugonic 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 Ja, Dugonic Bei dem Malmanis einfach mal aushilft Das war stark gemacht von Malmanis Jetzt hier Lagarde Den Wurf wollte er nicht nehmen Jetzt hat er Malmanis gegen sich Ja, der war super high contested Das macht Malmanis immer wieder gut Lagarde Bianco Ja, Bianco Dugonic hat den freien Wurf Macht ihn rein War sogar gut contested, ne? Aber Dugonic macht seine Dinger Ist ja eh ein sehr zuverlässiger Spieler Er ist halt kein Star oder so Aber er ist der perfekte Roleplayer Kann auch ohne Probleme der Starting Point Gun sein In einem guten Team Gerade seine Defense ist natürlich super offensiv Gibt er hier auch ein bisschen was Boah, starker Block Und der nächste Block Und der nächste Block Nein Ah, und jetzt Dugonic Ah, schade Den musst du eigentlich machen Also komplett frei So viel Zeit Oh, wie Scheldon Lagarde ist da, ne? Und jetzt Humphreys gegen Daryl Das gefällt mir eigentlich nicht, ne? Ja, okay Er hätte Humphreys mal switchen müssen eigentlich, ne? Hätte ich vielleicht Malmanis direkt auf Center stellen sollen Dann wäre es einfach mit dem Matchup finden, ne? Ah, Humphreys Pick'n'Roll klappt nicht so ganz Malmanis macht den nicht rein Er ist das Foul in diesem GameNap von Humphreys Dann sehen wir nochmal den Humphreys Block Man muss auch echt sagen Das ist ein bisschen seine Serie, ne? Ich finde Humphreys macht einen richtig guten Job Er ist kein Überragender Spieler Er hat seine Fähigkeiten Und die Boah 8 zu 7 hier für die Nuggets Stark gemacht von Charlton Aber die Fähigkeiten Die Humphreys hat Die kann er in dieser Serie bisher sehr, sehr gut zeigen Wie ich finde Macht einen super Job Jetzt hier Lagarde Und Humphreys macht ihn Pick'n'Roll Einfache Punkte Wirkt stark Haui Schelten jetzt hier Oh, Shelton gibt ihn nochmal ab Der Dreier von Elliot ist nicht Gut Janko macht ihn nicht rein Wir brauchen weiter Dreier, ne? Dann Levy jetzt hier Shelton Haui Shelton lag ein super Defens Hat er Ihn überhaupt keinen Platz gelassen? Und der nächste Block von Humphreys Stark Das ist seine Serie Es ist Humphreys seine Serie Er hat hier überhaupt keinen Bock drauf Dass hier jemand Buckets macht Wenn er in der Nähe ist Wenn er da ist Blockt er alles weg Boah Stark von Dugonich Wie er da dran war Und dann der Block von Malmanis Es ist hier ein Block Festival LeBron James Ja, guckt relativ fein Aber kann, was die Rim Protection Oder allgemein die Defense momentan angeht Extrem zufrieden sein Die beiden Big Mens Malmanis und Humphreys Blocken alles weg Malmanis schon mit drei Blocks Humphreys hat auch schon zwei Blocks Also es läuft überragend Was das Thema angeht Und jetzt hier Dugonich Ich tue ihn einfach rein Hat überhaupt Keine Angst vor Lagarde Keine Angst vor Daryl Lagarde Denkt sich einfach nur Ey Come on Und das war auch wieder gut verteidigt Von Malmanis Es läuft Ja okay Da war jetzt mal Lagarde da Einfach mal weggeblockt hier Kann man mal machen Oh Salik Bay kommt da gar nicht hinterher Macht ihn rein Malmanis Starker mit Ranger 13er Man merkt einfach Das Lamello Ball fehlt Das ist halt auch ihr Playmaker Er ist ja nicht einfach nur Der Superstar Auf der Pointkabüse Sondern ihr Playmaker Definitiv nochmal ein ganz anderes Ding Dadurch werden auch die Dreischützen Viel gefährlicher Wenn Lamello sie einsetzen kann Bei den Nuggets Bricht da schon einiges weg Oh Die Schelten trifft Und ganz ganz weiten drei Was natürlich nicht heißt Dass die Nuggets irgendwie Wehrlos sind Auf gar keinen Fall Aber Lamello Ball Tut weh Es tut weh Dass er fehlt Weg und roll Malmanis Geht nicht rein Humphreys ist da Wirft ihn fast Ja Nicht nur fast Hat ihn weggemacht Könnte Bianco unmöglich kontrollieren Dugonic gegen Hoey Shelton Boah Da hat er grüßen Nachteile Aber das interessiert Dugonic nicht Denn der holt sich den Stil Trotzdem Bianco Ja Lagarde war da eine Zeit lang frei Okay das war Das war doof Ich dachte Dings würden ein bisschen anders laufen Aber Hätte ich warten müssen Der drei ist nicht drin Lagarde Zerstört Da kommt ein Saliq Bay nicht hinterher Und wir nutzen die Timeout Um mal selber in die Simulation zu gehen Wir gucken mal Ja die Nuggets bleiben auf jeden Fall dran Ich würde gerne Richtung letztes Viertel schon gehen Wenn es denn eng bleibt Und es bleibt eng Das gefällt mir Wir spielen hier mal Oh Zehn Punkte Abstand Okay Wir spielen mal fast das komplette letzte Viertel Schauen mal Da sind zehn Punkte hinten Leute Zehn Punkte hinten ist schon viel Aber das kann man aufholen Saliq Bay Macht ihn nicht rein War dann etwas über Anmission mit dem Fadeaway Und jetzt hat er eben keine Chance Hier Lagarde aufzahlen Der ist ihn einfach athletisch Sowas von überlegen Also Saliq Bay Sorry Aber In der Defense Gegen Lagarde Gar keine Chance Wundert mich auch fast nur Dass Lagarde noch 17 hat Und da ist der nächste Steal gewesen Aber leider ist er da ins Ausgegangen Aber so Gornic ist ein unglaublich starker Spieler Was die Steals angeht Wir sehen ja nochmal den Block von Diesem Mann hier von Humphreys Mich interessiert das nochmal kurz hier Spielbericht mäßig Lagarde Achso Hier Steals 3 Gornic Humphreys 3 Und bei Blocks haben wir mal Manus mit 6 Und Humphreys mit 3 Also Steals und Blocks Wir sind am Start Dann Davy gegen Gornic Und der nächste Einfach mal der nächste Steal Noch ein nebenbei Schönes Transition Game Yes Da konnte Daryl Lagarde Sein Bruder Chavon Lagarde Nicht mehr aufhalten Sadiq Bae Mhh Frank Smith fouled ihn Okay Der war natürlich eigentlich richtig da Sadiq Bae macht den ersten Ist er ja eigentlich sehr sicher an der Linie Nuggets 13 Dreier gemacht Und 10 Second Chance Points gemacht Das hier Pick and Roll Dugon Nudge Auf Malmanus Der hat da Keine Gnade mit seinem Gegenspieler 21 Punkte 7 Rewards 1 Assist Und eben die 6 Blocks Oh Foul Ich hab nichts gesagt Ich dachte ja das wäre ein doofes Foul Aber er verhindert dass ein Bucket entsteht Dann ist das ein gutes Foul Auch wenn Chugain auf den wahrscheinlich reinmachen wird Genau beide reingemacht Damit war zu rechnen Die Gnade mit dem Sprengang 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 Ja Malmanus Ach kein Nguan Das sind so Dinger Die musst du dann vielleicht auch mal per Nguan machen Das wäre dann schon ganz nice Macht ihn rein 22 Punkte Malmanus 23 Okay der Big Man wieder auf Auf dem Weg Richtung 30 7 Punkte fehlen da noch Ah wo willst du hin Jetzt hier Sadiq Bey Sadiq Bey gegen Lagarde Ah körperlich gegen Lagarde Wird er sich wahrscheinlich nicht mehr durchsetzen Ja das ist auch nicht schlau vor Malmanus Dass er da versucht dieses Blocking vorzukriegen Du warst noch komplett in der Bewegung Das macht halt dann keinen Sinn Dann Levy nimmt den Aus der Bewegung Aber der war nicht drin Lagarde Oh da ist jetzt hier die Seite frei Nein so nicht Nein so nicht So nicht und jetzt ist hier Lagarde Und will den irgendjemand stoppen Ich glaube nicht Easy Chivor Lagarde dreht auf Zeigt seinen Bruder Darryl A Ist zwar nett was du so spielst Aber ich bringe uns in die nächste Runde hier Janko gegen Chugainov Der den rein macht Gut gemacht Bisschen Platz bekommen Mit Ranger rein gemacht Kann man mal so machen Aber Malmanus Foult da Wurde da gefoult Pick und roll So Malmanus Lass dich doch nicht da aufhalten Was sollst du hinkriegen jetzt hier Nein Der Pass auf Smith kommt nicht durch Gut gemacht von Darryl Lagarde Boah Dugonich Fast der nächste Stil Dann Boah Sie sind schon im Bonus Sie sind bei 7 Minuten 24 Schon im Bonus Wow Schade dass Dugonich Sein Stil nicht durchging Damit sind es wieder 8 Punkte Also die Nuggets Die leben Nuggets Die leben Stark Smith Du jetzt eigentlich durchgehen Ein bisschen Junge das kann doch nicht sein Dass du dich von so jemandem aufhalten Das ist Dunleavy gerade hier Ja Also Wenn du den nicht Einfach genau Durchpowerst Dann weiß ich auch nicht Ich hab grad mal 2 Punkte Ist echt schade Dass das so ein Monster Nichts geworden ist Ja Dugonich Muss aufpassen Jetzt natürlich Was Steeds Dann geht nochmal deutlich mehr Oh nimm ruhig den Fadeaway Dann bin ich leider zu früh hoch Und dann 1 Zu 93 Pick and roll Okay Gegen Dunleavy Schafft es zu scoren Edwin Smith Es sind ja nur 6 Punkte Aber ich muss mal richtig rankommen langsam Nuggets hier jetzt mal mit einer 3 Feilt irgendjemand Feilt irgendjemand Humphreys hat 5 Okay Ne fehlt niemand Ich hatte irgendwie das Gefühl Irgendjemand fehlt Schon keinem auf Das geht so einfach eigentlich Aber Dugonich war da Der aber jetzt sein viertes kassiert Da muss man aufpassen Malmanis Stellte den Screen Dugonich Boah macht ihn nicht rein Ich darf doch nicht foulen Es ist schon das 5te Für Dugonich Und dann auch noch Freiwölfe Weil sie ja im Bonus sind Die machen uns das Leben nicht einfach Ja gucken wir mal Star League Bay Macht ihn rein Sind gleich wieder 10 Punkte Also die Nuggets Mit den 10 Punkten Vorsprung Mit denen sie in dieses Viertel gegangen sind Den halten sie so ein bisschen Komm schon Nein Aber Lagarde war am Start Aber Lagarde war am Start Mein Mann Stellt den zu Green Nein Was ist denn mit euch Was sind das für Zuspiele Schön Verzögert eigentlich Er ist dann trotzdem drin Und damit sind wir jetzt bei 11 Punkten Ja mal kurze Timeout Gefällt mir nicht Ich will auf jeden Fall Humphries wieder mit weg haben Luka kommt mal rein Jetzt für Dugonich Dugonich eh mit einem Puff Fouls number Lukas vielleicht offensiv auch nochmal Etwas andere Hausnummer War jetzt hier Janko Foul Drittes Foul Von Daryl Lagarde Ach Fahrlässig Einfach fahrlässig gespielt Meinerseits Er ist nicht drin Humphries holt sich den Lagarde Bianco Jugeinov macht das echt gut Wie er immer wieder bei Bianco ist Und wir holen uns aber das nächste Foul Viertes Team Foul Beim nächsten sind wir dann nochmal Im Bonus 15 Punkte jetzt hier für Bianco Nicht schlecht mal wieder Jugeinov Ja was hat er da bisher vor Bianco bleibt dran Aber ne Ist gut gemacht von Jugeinov Viel Zeit runtergekriegt Ruhig gespielt Lösungen gesucht Lösungen gefunden Und bei uns heißt die Lösung einfach Daryl Äh Chibon Lagarde Den werden wir jetzt einfach öfter suchen Immer wieder gegen Sadik Bey Bis sie anfangen ihn zu doppeln Und wenn sie das machen Müssen wir die Dreier treffen Sadik Bey hatte da eigentlich schon zu viel Platz Nein Lagarde Heute nicht Heute nicht Humphreys hat da keinen Bock drauf Macht ihn nicht rein Das war eigentlich schon gefährlich Ihn diesen offenen Dreier zu gehen Kann man auch ganz ehrlich sagen Und Lagarde macht was er will Blocking vor Ich wollte gerade sagen Ich war gerade gespannt Ob es nicht Offensives gibt Lagarde macht den 26 Punkte 27 stark Wir sind wieder an 7 dran Dann Davy Lagarde Ja den 3 würde ich dir schon eher geben Will er nicht nehmen Dann wird der gedoppelt Jetzt ist Sadik Bey Kann den Macht ihn nicht Macht ihn nicht Und jetzt ist da Chibon Lagarde Nochmal auf Bianco Und der macht den ein Richtig 5 Punkte nur noch Wir waren aber schon mal in dieser Range Jetzt ist halt die Frage Ob wir es auch finalisieren können Ob wir wirklich sagen können Okay jetzt ist hier das Ende Hätte gleich mal wieder Die Gornitsch holen Weil er mir in der Defensiv Dann doch nochmal ein ganzes Stück Besser als Luka gefällt Lagarde ganz stark Boah und Luka Hat den Luka hat den Stil Nein Bianco Ey da haben wir einen dieser wenigen Steals Mal wieder Heute gab es eigentlich viele Steals Aber jetzt in der Endphase Da gab es jetzt nicht viele Steals Und dann wirft man den Ball weg Ja und dann ist man halt statt Dass man vielleicht auf 2 Punkte rankommt Auf 3 rankommt Ist man plötzlich 7 Punkte weit weg Wenn sie es jetzt nutzen Ist man gleich auf 10 Punkte weit weg Nein ich gehe zu früh hoch Ja es sind 9 Punkte Das sind 9 Punkte Das sind 9 Punkte Mal Manes Äh ne ne da war zu viel Action Dann so Dann Levy nochmal gut gespielt Wow Sie killen uns Steht gleich 2-2 Es steht gleich 2-2 Leute In dieser Serie gegen die Nuggets Trotz Lamello Ball Ausfall Wohin? Darryl Lagarde jetzt hier Bamschewan du musst zerstören Macht er auch Stark gemacht Jetzt haben wir noch 2 Minuten knapp Zeit Die 9 Punkte Wir sind wieder auf dem gleichen Stand Wie wir schon 15 Mal waren Gefühlt hier in der Endphase Ja und das geht dann zu einfach Das geht dann zu einfach Gehen wir über Chavon Zerstör bitte einfach Zerstör bitte einfach Macht nichts anderes Schön Wir gehen nur noch straight über Chavon Lagarde Ich werde nur noch über jeder Anruf Wird gegen ihn gehen Äh über ihn Boah der Ball Es landet dann trotzdem wieder bei ihm Sie holen sich halt immer wieder Dieses Second Chance Points Unser Ball Okay Okay DeBornic wird reinkommen Für die letzten Minuten Ich will einfach nur sehen Wie du ihn zerstörst Wird gefoult Immerhin so Dann halt per Foul Per Freiwürfe Und die macht er dann hoffentlich Wir dürfen auch nichts anderes mehr machen Wir müssen schnelle Angriffe Überschirm Und von Lagarde Irgendwann doppeln sie schon Und dann wird es witzig Bianco bleibt dran Bianco bleibt dran Stark von Bianco Dann Levy Ich darf nicht faulen Sadiq Bey Chavon Lagarde wird heute Dein Albtraum Anser Ball Chavon Lagarde Chavon Lagarde Okay Wir sind an 5 Punkte dran Wir sind an 5 Punkte dran Chavon Lagarde im Alleingang Wir brauchen einen weiteren Stop Das ist logisch Die Stops sind jetzt so Unser Grundstein Und Lagarde ist das Worauf wir dann weiter aufbauen Sadiq Bey Der wird natürlich versuchen Zeit runter zu spielen Genauso wie du Gornic Schnell Sie können die Sie haben die Zeit auf ihrer Seite Schwierig Gornic bleibt dran Gornic bleibt dran Malmanis auch Er bringt ja nichts Das Foul war unnötig Jetzt hier Lagarde Bianco warum gehst du nicht An die 3er Linie Du musst eigentlich Zur 3er Linie Bianco hätte einfach Am Pyrimeter Am 3er stehen müssen Und dann Okay wir brauchen Nen Stil Komm es was wolle Irgendwie Nen Stil Wer will ein frees T-Shirt MAKE SOME NOAHS Allright Lekul kommt Nen Stil Ja Ja gut So sowieso nicht Spiel ist durch 123 114 Alla Gart Gutes Overall Gale Malmanis nicht schlecht Gornic immer in 4 Stil 7 Blocks von Malmanis Chugainov war hier auf jeden Fall Der Game Changer Muss man sagen Wir gehen jetzt mal Zwei Spiele in der Simulation Ich will wissen Ob es ein 3-3 gibt Oder ob jemand weiterkommt Ich will auf jeden Fall Hier Grenier ist verletzt Okay Hält die komplette Saison Jetzt aus Das heißt Grenier Ähm Okay Die paar Smallford Minuten Kann man auch Luca Eigentlich geben Wobei das jetzt hier doof ist Weil er hier Nicht agiert Als Smallford Aber die paar Smallford Kann Luca kriegen Dann kriegt hier eben Die Shooting Guard Minuten Wiederum Bianco Und dann ist er dafür hier Ein bisschen draußen Dann kann Luca da Halt durchspielen So Luca echt eine lange lange Zeit Wo er auf dem Feld steht Ähm Wobei er dann hier Am Anfang drittes Viertel Reinkommt Ähm Dann haben wir hier noch Die Smallford Minuten Nochmal Das darf dann Luca Wieder machen Und hier dann auch nochmal Luca Ne Würde ich einfach sagen Dann kriegt Bianco Seine paar Minuten Pause Dann doch ganz am Anfang Vielleicht Äh Machen wir mal hier so Ne Zwei Minuten Übernimmt dann Luca Äh Ja Dann geht er hier aber auch Ziemlich hart am Ende Ne Da will ich dann schon auch Dugonic Noch mal ein paar Minuten Mehr geben Dass da Luca sich ausruhen kann Dann sollte es eigentlich passen Genau Powerfort müssen wir natürlich Jetzt auch noch Machen jetzt Äh Die paar Minuten Geben wir dann einfach Sullivan Der ist ein guter Verteidiger Der wird das hinkriegen Kommt da wirklich nur noch Zum Defenden rein In diesen Minuten Der bringt dann Defense Und gebe ihn halt Ne Ja gut Gut dass ich ihn nicht Auf Reserve packen muss Weil sonst wäre jetzt Alles hinfällig So sehr schön Jetzt war das aber Wahrscheinlich viel global Kann das sein Nehmen wir das mal Gehen wir zu den Nuggets rüber Ne Sobald das auch schön Übernommen wird Wartet mal Sorry Nehmen Kopieren Passt schon ey Komm Passt schon Gehen wir in die Sumo Wir gucken mal Wir gucken mal Wenn es ein Game 7 gibt Dann sollen sie es jetzt Erzwingen Okay Okay Nicht verarschen alter Das ist manchmal so nervig Mit diesen Taktiken Das hier ist Ja super Was ist das Für eine scheiß Rotation Bonic Bianco Ja gut Dann muss ich das hier Nochmal einstellen Ist das nervig ey Manchmal nervt das Wenn eine Verletzung da ist Dann kommt immer gleich Alles durcheinander Also Rosa Du fliegst auch raus Weg mit dir So Bianco 42 Ich mach das jetzt mal kurz so Wir werden da jetzt Vielleicht nur reingehen Haben Sullivan Und Smith Hat gar keine Minuten mehr Ja Siebener Rotation Full Power Wir gehen nochmal in die Sumo Soll es eng am Ende bleiben Können wir auch nochmal eingreifen Aber ich will wissen Ob es ein Game 7 gibt Oder nicht Das will ich jetzt einfach wissen Das sieht nicht gut aus Ich verarsche die Jungs Kommt schon Boah Ne das sieht nicht gut aus Ne 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 135 104 135 104 Malmanus 33 Punkte 17 Rebounds 3 Assists 3 Blocks Dugonic Mit 20 Donchich und Co Lagart Trotz 16 Aber Die Denver Nuggets Waren dann doch zu stark Für unsere Leute Das bedeutet Das war so nicht geplant Ich hätte gerne ein Game 7 Gab Das bedeutet Und das war klar Jede Playoff Runde Kann die letzte Folge sein Das hier ist jetzt Tatsächlich die letzte Reguläre Folge Der Lakers Franchise Wir haben es im Game 2 Wo wir auf 3 Hätten hochgehen können Leider nicht geschafft Und das war dann so ein bisschen Der Grundstein Dass wir hier rausgeflogen sind Es ist die letzte Folge damit Regulär Es wird morgen noch eine Folge geben Wo ich dann Simuliere weiter vor Bis ins Jahr 2,41 Dann machen wir so eine Special Folge Wie die NBA aussieht Und danach werde ich noch Ein Wunschvideo machen Also was wünsche ich mir Für 2K23 Weil danach kommt schon bald Formel 1 Aber die Ära Ist vorbei Cleveland Clippers Lakers Es hat Spaß gemacht Wir gucken natürlich noch Wer hier Finals MVP und Co. wird Also Wenn ich bespielen Ende Runde simulieren Und es sind die Nuggets Wir sind an dem Meister gescheitert Wir sind an dem Back-to-Back Champ gescheitert Der Lagarde mit 24,5 Punkten 14,3 Rebounds 5,7 Assists 1,5 Steals Und 2,2 Blocks Hat sich den Finals MVP geholt Leute Und ja Ich will einfach nur sagen Fetten, fetten Dank Für die ganze Unterstützung Fetten Dank Dass ihr 175 Folgen Mit dabei wart Einfach der Wahnsinn Wir sehen uns Morgen zur Special Folge Die werde ich auf jeden Fall Hochladen Dann guck mal Wie die NBA Sich entwickelt hat Und Co Ich manage natürlich In der Zeit noch Die Lakers Guck mal Was ich da noch machen kann Werd da natürlich Jetzt nicht mehr spielen Einfach vorsimulieren So ein bisschen Manager mäßig Gucken was so geht Krasse Serie Also wirklich Krass lang Wenn man überlegt 2,36 Wir haben 2,21 Gestartet 15 Saisons Leute Einfach nur crazy Ich danke euch Für den Support Danke dass ihr mit dabei wart Euer Veloche Meldet sich ab Und Bye bye Bis zum nächsten Mal